Das hat die Marianne mir gesagt. Ein großer, schöner Ritter wird mich feuern. In der Silvesternacht warte ich zu Gott. Wenn's wahr wär, was mir die Marianne sagte, möchte er den Ritter mir im Traume zeigen. Und da erschien's du. Du liebst mich? Ich hab's nicht. Kältchen, warum kann ich dich nicht mein nennen? Warum kann ich dich nicht aufheben und in das duftende Himmel weggtragen, das die Mutter mir daheim im Prunkgemach aufgerichtet hat? Wer seid ihr? Streich, was ist euch widerfahren? Die Tat, die euer Arm vollbracht, ist keine unwürdigen Geschehen. Kunigunde, Freifrau von Thurnächt, wenn ich, dass ihr's wisst. Und der Wand! Rechts! Rechts! Ich stand nicht dabei, als sie Nacht für Nacht in seinen Stellen schlief. Die Welt hat nicht mehr Raum genug für mich und dich. Ich bin verloren. Ja. Setz dir den Helm an! Ein Engel war bei dir, mit Flügeln, weiß wie Schnee und Licht. Der führt an seiner Hand dich zu mir ein. Marianne rief ich, sah groß mit schwarzem Aug dich an, weil ich glaubte, es wär ein Traum, und sank zu Füßen dir und flüsterte, mein hoher Herr. Und als du jetzt mein Kinn erhobst, ins Antlitz mir zu schauen, da kam die unselige Marianne mit Licht und alles war vorbei.